Wir müssen die Firma ja retten. Heute wieder auf 20k hoch, 50er Bats gleich und dann die Gate. Oh! Okay, nice. 6k, da geht's los. Da geht's schon los, Junge. So einfach. Hab ein Bäschen mit. Warum hab ich die Scheiße aber immer auf den kleinen Bats, Junge? Immer auf den kleinen Bats. Ah. Ja, dann gehen wir jetzt gleich mit dem Bats hoch. Big Timo, moin moin. Mach da einfach ein Dauer-Sex rein, ja. Und jetzt kommt der Scheiß Kevin schon wieder. Big, was soll denn das? Besser war's das gleiche. Ich gewinne Big, dann kommt Kevin und dann geht's bergab. Schau das wieder. Push! Nein, oder? Ja, Raffel 5.000 Punkte für den Shop. Hier ist die Raffel. 5.000 Points, ja. Das ist das Erkabunde. 5.000 Stunden Cameron. 5.000 Stunden crack.